Wie alt sind Kugelsternhaufen? Kugelsternhaufen stellt man sich so vor, da gab es irgendwann eine große Wolke und möglicherweise hat es in der Nähe eine Supernova gegeben. Diese Schockwelle läuft durch den Kugelsternhaufen und möglicherweise bilden sich dann relativ gleichzeitig in diesem Kugelsternhaufen viele Sterne. Rote Sterne, blaue Sterne, verschieden Sterne. Ungefähr gleichzeitig. Und heute schaut der Kugelsternhaufen dann im Teleskop so aus, also den kann man auch mit dem Hobby-Teleskop Kugelsternhaufen beobachten. Das Herzsprung-Rassel-Diagramm eines Kugelsternhaufens, das ist hier gezeigt. Und da fällt folgendes auf, normalerweise würde man eine Hauptreihe erwarten, hier so, genau. Und hier fehlen diese O-Sterne, die fehlen komplett. Also an der Stelle ist nichts. Das ist interessant. Wir wissen ja, dass die O-Sterne, die sind groß und heiß und leben nur kurz. Das heißt also, wenn hier nichts ist, dann ist der Kugelsternhaufen so alt, dass die schon alle zu roten Riesen geworden sind. Davon haben wir ja welche. Und die Sterne gibt es hier noch. Also so AF-Sterne gibt es noch und G-Sterne, ah ja, die Sonne wäre hier, die wäre ein G-Stern. Also ist der Kugelsternhaufen, ja, also noch nicht so alt genug, dass die Sonne explodiert wäre. Ich habe hier nur klein m bei dem Kugelsternhaufen, also die visuelle, also die scheinbare Helligkeit. Allerdings, wenn ich die Hauptreihe kenne, dann gibt es ja den Zusammenhang m minus m. Stopp, den meine ich nicht. Sondern einfach, wenn ich die Hauptreihe kenne, dann weiß ich ja, welche, also so ein A-Stern. Hier, also welche absolute Helligkeit hat denn ein A-Stern? Welche absolute Helligkeit hat denn ein F-Stern? Also die absolute Helligkeit, die kann ich herausfinden und mich interessiert genau das M. Das nenne ich jetzt, tun wir die anderen weg. Gibt einen weißen Punkt, naja, nicht so schön. Also M-Knick, die absolute Helligkeit des Knicks. Anhand dessen möchte ich das Alter T-Haufen, nennen die das im Buch, ja, T-Haufen. Anhand der absoluten Helligkeit des Knicks möchte ich das Alter des Haufens bestimmen können. Das ist Ziel, das möchte ich erklären. Und dazu braucht es ein paar Formeln. Und zwar nutzen wir ein paar Formeln, die wir schon kennen. So, das ist ja alles weg. Zum einen gibt es die Zeit. Also die Zeit auf der Hauptreihe ist ja m-Stern durch l-Stern. Vorheriges Video. Und l-Stern ist m-Stern hoch 3. Das ist die Masse-Leuchtkraft-Beziehung. Und jetzt schmeiße ich in dem Fall, ich setze diese beiden, ja, also diese beiden Formeln sollen zu einer Formel zusammengeschmissen werden und ich schmeiße die Masse raus und möchte nur die Leuchtkraft haben. Das heißt, m-Stern ist die dritte Wurzel aus l-Stern. m-Stern ist l-Stern hoch 1 Drittel. Und das kann ich jetzt einsetzen für an dieser Stelle. Die Mathematik dahinter brauchen Sie fürs Abi in Mathe. So, dann habe ich jetzt hier l-Stern hoch 1 Drittel durch l-Stern. Und das ist ja dann hoch 1. Und jetzt die Potenzgesetze. Oben minus unten, das ist l-Stern hoch 1 Drittel minus 1. Ich mache das so langsam, weil ich weiß, dass das immer wieder für Verwirrung sorgt, obwohl es relativ schlicht ist. Und dann habe ich l-Stern hoch minus 2 Drittel. Ich habe einen Zusammenhang zwischen dem gesuchten Alter und der relativen Leuchtkraft und möchte da natürlich die Leuchtkraft des Sterns am Knick da einsetzen. Das interessiert mich. Gut, ich brauche jetzt also einen Zusammenhang zwischen der absoluten Helligkeit und der Leuchtkraft. Da gibt es jetzt auch was. So. Und zwar eine Formel, die wir schon kennen, nämlich also m Knick, jetzt mache ich mk für m Knick, minus m Sonne gleich minus 2,5 Logarithmus Leuchtkraft Knick minus Leuchtkraft Sonne. Also, die Formel, die haben wir schon, da haben sie schon Aufgaben dazu gerechnet. Ich muss aus der Formel dieses L Knick befreien, auflösen. Und kann das dann, ja, und kann das dann, und weiter. Ich löse natürlich nach dem ganzen Auffall, das ist mein L-Stern, das ist das. Also, auflösen, hier einsetzen und dann habe ich die Zeit, die ich brauche. Auflösen. Dazu mache ich erst dividiert durch minus 2,5 Also, m Knick minus m Sonne durch minus 2,5 ist 10er Logarithmus von meinem, also das Gelbe ist mein L-Stern. So. Und jetzt hier 10 hoch, das Ganze, weil es ein 10er Logarithmus ist. 10 hoch m Knick minus m Sonne minus 2,5 gleich L-Stern. Das wird dann eingesetzt. Zurück. Das wird dann an dieser Stelle eingesetzt. Dann habe ich THR gleich große Klammer 10 hoch m Knick minus m Sonne durch minus 2,5 hoch minus 2 Drittel. Eigentlich ist das schon alles, was ich möchte, weil ich die absolute Helligkeit der Sonne kenne. Das sind 4,8. Die absolute Helligkeit von einem Knick kann ich bestimmen. Und gesucht ist ja THR. Ich mache es nur hübscher. Dazu brauche ich die Potenzgesetze. Es gilt ja T, machen wir es noch einfacher. Hier, x hoch 2 hoch 3 ist x hoch 2 mal 3. Und das könnte ich dann auch wieder umbauen. Da könnte ich sagen, das ist x hoch 3 mal 2 und könnte dann sagen, das ist x hoch 3 in Klammern hoch 2. Also diese Tricksereien nutze ich jetzt, um das hier schöner zu machen. Und zwar THR ist also der wird da rein multipliziert. 10 hoch 1 durch minus 2,5 mal minus 2 Drittel mal mk minus m Sonne. Ich mache nur 3 mal 2 ist 2 mal 3. Und dann kann ich ja das wieder zu einem also das sind nur Zahlen. also THR gleich 10 hoch minus 2 Drittel durch minus 2,5 hoch mknick minus m Sonne, die 4,8 Ich gebe den Batzen in den Taschenrechner ein und bekomme THR Also die Zahl ist dann so ungefähr 1,85 hoch mknick minus die Sonne ist 4,8 Kann ich nachschauen. Die Formel liefert mir jetzt das Alter von dem Kugelsternhaufen hier wenn ich die absolute Helligkeit von dem Knick bestimmen kann Ja, und das war hier.